Hey, ich bin Edgar. Und ich bin Ida. Von den Dogspotters. Und wir haben jetzt neulich den Film Nitz Island gesehen, wo es darum geht, dass sich drei Regisseure für fast 1000 Stunden in das Videospiel DayZ gesetzt haben und dort ein paar Leute interviewt haben, die ebenfalls über 1000, 2000, 3000 Stunden haben und quasi wirklich dieses Spiel schon extrem lange gespielt haben. Und da dachten wir uns, es wäre eigentlich ganz witzig, wenn wir uns jetzt selber einfach in ein Videospiel setzen und dabei quasi über den Film Nitz Island reden, wie das quasi in Nitz Island auch war. Ja, here we are, ne? Also erstmal ganz kurz dazu, wie wir den Film eigentlich fanden. Also meiner Meinung nach war das einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Also es hat total Spaß gemacht, denen beim Spielen zuzusehen, weil das Spiel halt auch einfach total cool animiert ist und halt vor allem denen zuzuhören, wie sie die Leute zu interviewen und halt auch die verschiedenen Antworten und Meinungen von den SpielerInnen zu hören. Genau, da kann ich dir nur zustimmen. Besonders wenn man jetzt so an Filmen in einem Videospiel denkt, denkt man natürlich so an das, was wir jetzt gerade spielen. Es sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Wir sind so grüne Figuren mit Kulleraugen. Aber der Film war wirklich richtig, richtig cinematisch und schön. Also dass sie das so hingekriegt haben, ist erstmal Hut ab. Und dann natürlich auch wirklich die ganzen Eindrücke der Spieler zu hören, war besonders krass. Besonders mit der Frage, wo quasi die Realität des Videospiels anfängt und die Realität der Realität aufhört. Also dass das quasi so ein bisschen verschmilzt. Ja, also das ist ja sozusagen die Frage, die die drei Filmemacher den verschiedenen SpielerInnen ja eigentlich immer gestellt haben. So ist das für dich Realität oder ist es wirklich nur ein Spiel? Und da halt wirklich die verschiedenen Meinungen zu hören, war auf jeden Fall total interessant. Und es war auch sehr cool, umso weiter man in den Film reingekommen ist, umso mehr wurden die Antworten quasi zu, ja irgendwo ist das schon ein wenig Realität. Also quasi einer der Charaktere hat dann gesagt, ja ich habe jetzt hier diese Persona, Reverend Stone und ich habe noch nie jemanden im echten Leben, also IRL, wie sie es im Film die ganze Zeit nennen, quasi jemanden davon erzählt, dass ich Reverend Stone bin. Einfach nur, weil wie würde man dieses Gespräch denn anfangen? Das wäre quasi so, man würde denken, dass die Person verrückt ist und somit kann man quasi sagen, dass man in einer anderen Realität eine neue Person geworden ist. Ja, es war dann auch einmal, wurde eine Person gefragt, ob sie denn schon mal vom Spiel geträumt hätte, was sie dann auch nicht verneinen konnte und den Aspekt finde ich dann natürlich auch total krass, dass wenn man wirklich so viel Zeit von seinem Leben halt mit diesem Spiel verbringt, dass es natürlich auch ein Teil von deinem Leben wird. Genau und die Spieler haben dann ja untereinander auch Freundschaften aufgebaut, also wenn du dieses Spiel für 1000, 2000, 3000 Stunden spielst, dann findest du ja immer wieder dieselben Spieler und haben sich dann zu Gruppen zusammengeschlossen. Zwei Spieler waren verheiratet und haben das Spiel jetzt schon zusammen seit zwölf Jahren, glaube waren es, gespielt und das ist natürlich dann auch krass einfach zu sehen, wie sich quasi so menschliches Verhalten, diese Gruppenbildung wieder im Spiel findet. Ja, also es gab natürlich auch immer die Gruppen, die sich halt wirklich zu solchen freundlichen Communities so zusammengeschlossen hat und dann halt einfach das Spiel so zusammengespielt haben. Aber es wurden im Film auch häufiger Gruppen getroffen, die halt mehr dieses Spiel nutzen, um halt ihre Gewalttätigkeiten auszuleben und halt eher so zu den Bösewichten im Spiel zu werden. Und das war dann natürlich auch total krass zu sehen, wie viele Menschen das Spiel halt nutzen, um halt einfach dann in dem Spiel halt einfach Leute zu töten oder halt da so ihre Fantasien so auszuleben. Das war natürlich aber auch, also das ist natürlich die Fliehenden quasi aus der Realität, wo sie sowas einfach nicht machen können und haben dann quasi ja in dieser Virtualität, was ja irgendwo auch schon, wie schon gesagt, auch eine Realität ist, quasi dann freien Lauf. Und das auch wirklich von überall. Also die Communities haben sich ja zusammengeschlossen aus Alaska, Europa und dann treffen sich ja wirklich Leute, die sich im normalen Leben nie gesehen hätten. Das mit dem Fliehen aus der Realität ist ja tatsächlich auch so das meiste, wo ich mich sozusagen wiederfinden konnte in dem Film. Also das war dann auch immer wieder Thema und ich kenne das halt auch von mir, dass ich halt auch verschiedene Dinge nutze, um halt so aus der Realität zu fliehen. Aber dann halt meistens eher so Geschichten von Büchern oder von Filmen und nicht unbedingt Videospielen. Aber das ist natürlich auch halt ganz klar ein großes Thema halt von Menschen, dass sie halt Videospiele nutzen, um halt aus der Realität zu fliehen. Was natürlich auch krass in dem Film zu sehen war, wie viele Menschen das wirklich machen und wie viele Menschen halt auch dauerhaft aus ihrem echten Leben der Realität entfliehen. Was natürlich auch ein krasses Zeichen dafür ist, wie viele Menschen eigentlich wirklich nicht so glücklich mit ihrem Leben sind. Genau, am Ende hat man dann auch einen Shot noch gesehen, der quasi zum ersten Mal aus dem Spiel raus war, wo man dann quasi von jedem, der häufig vorkommenden Spieler einfach mal so aus dem Fenster raus gefilmt hat, wie die es gerade sehen. Und das fand ich auch wirklich einfach nur sehr, sehr krass, nochmal zu sehen, wirklich wie weit teilweise die Leute voneinander weg waren. Gut, ich hoffe, wir haben euch damit jetzt Lust auf den Film Nitz Island bereitet. Und wenn ihr den noch gucken wollt, der läuft noch am Sonntag und natürlich auch noch die nächsten anderthalb Wochen im Dogstream. Gut, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.